Musik Wir befinden uns hier in Detmold im Hauptsitz der Kanzlei Kleinsorg & Partner. Neben dem Hauptsitz hier in Detmold haben wir noch eine weitere Niederlassung in Bad Pyrmont. Wir sind somit in Kreisen Hameln, Pyrmont und Lippe mit insgesamt zwei Standorten vertreten und decken dieses Gebiet auch räumlich ganz gut ab. Als Dienstleistung bieten wir hier die ganzheitliche Rechtsberatung an. Daneben wird hier in der Kanzlei noch die Steuerberatung vorgehalten und das Notariat rundet das Leistungsspektrum ab. Für uns steht der Mandant im Mittelpunkt. Das heißt, wir machen eine genaue Bestandsanalyse, was er jeweils braucht und was er haben möchte und bemühen uns dann, ihm das genauso wie nachgefragt und gewünscht zu geben. Die reine juristische Aufarbeitung von Sachverhalten ist das eine, aber auch der Mandant selber als derjenige, der im Mittelpunkt steht, darf nicht außer Acht bleiben. Unsere Persönlichkeiten und Menschen sind unterschiedlich. Jeder Mandant hat seine eigene Art, auch mit Problemen umzugehen. Jeder hat eine eigene Streitkultur und das gilt es auch im Rahmen der Abarbeitung von Mandaten zu berücksichtigen, um hier letztlich den Mandanten zufriedenzustellen. Das schafft man, indem man die schwierige juristische Sachverhalte letztlich auf eine einfache Ebene für den Mandanten runterbricht, sodass sie von ihm verstanden wird und er sich auch da drinnen zurechtfindet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017